hallo und herzlich willkommen zu let's play desi es wurden ein paar fixes übernommen server legs wurden gehoben die zombies rennen jetzt schneller und noch ein paar andere sachen einfach mal gucken was sich so getan hat davor muss ich jetzt erstmal checken wo ich bin da ich schon lange nicht mehr gespielt habe ich bin auf jeden fall auf der airbase aber da es ein pv server ist sollte mir eigentlich nichts passieren da man mittlerweile die server auch horsten kann aber nichts zu trotz so wie es aussieht wurden die server lex immer noch nicht behoben ja das kann ich nicht zuhauen warum kann ich nicht zuhauen naa uncool nein 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 na mach schon ach je ach je ich bin da richtig schnell gewartet richtig viele schön auch gar nicht auf zu rennen ach mein gott ist nein 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 füre Okay. na ist jetzt die puste ausgegangen ich hoffe es mal so ok absteh auf weil der feiler das funktioniert ja gar nichts mehr hier so steht er nicht auf ei 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 also in dc ama 2 mord hat es funktioniert weil er sich hinter einen busch gelegt hat dass die zombies einen nicht mehr sehen aber hier Hier geht das scheinbar nicht. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Muss mich eben schnell meine Blutungen stoppen. Und dann weiter rennen. War das nur ein Bug? Das war nur ein Bug. Ja, herzlichen Glückwunsch meine Leute. Ach nein, ich muss. Alles klar. Na je. Aber es sind mir zu viele. Wow, wow, wow. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Ja, das habe ich mir alles anders vorgestellt. Natürlich. Jetzt habe ich geschlossen und habe alle angelockt. Alle, was hier im Umkreis sind. Fuck, fuck, fuck. Na, das war. Ui. Ja, jetzt schon wieder. Na, ich muss hier weg, weil das ist mir ein bisschen zu stressig hier. Ja, es hat sich auf jeden Fall einiges getan mit den Zombies. Äh. Es ist nicht mehr so leicht wie früher. Nur einfach hingeht, ein Zombies ködet und die andere bleiben einfach stehen. Nein, sobald man schießt, kommt eine ganze Horde auf euch zu. Äh, das werde ich mir in Zukunft merken, ob ich schießen werde oder nicht. Halt, das macht meine Mauständer. Ja, die Server-Lex sind scheinbar auch weg. Ich glaub, das waren nur meine Fraps. Äh, hoffe ich mal. Da. Seid ihr weg? Ja, seid alle weg. Ähm, 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 na, da ist der Wegsteher. Nein, nein, nein. So, früher konnten die Zombies nicht hier hoch. Was machen sie heut? Ich hoffe mal nichts. Na, ähm. Da. 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 Keine Munition mehr dabei, das ist richtig scheiße Was will er? Ja, das ganze hier ist ein Nähkit, könnt ihr beschädigte Klamotten wiederherstellen Dann habe ich eigentlich so eine dumme Maske auf hier Sechs Plätze, das brauche ich nicht, das habe ich ja schon Es liegt überall Munition Na, diese Munition brauche ich für meine Waffe Nein, doch nicht 5,6 Millimeter Nix dabei Okay, die Zombies kommen immer noch nicht hoch Ah, boi Oh ja, 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 ja Oh ja, 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 ja Spaghetti hieß Ein Magazin Da oben ist auch was Ein Kompensator für die Mäusen Naja Nichts zu finden Ja, das ist das Richtige Ähm Äh, war schon Das 30er raus Das 20er rein Das 30er rein Na, so funktioniert das nicht Letzter So, äh, bisschen was trinken Ja, man sieht immer noch, dass der Spieler, die Spielerinnen Verbindungen verlieren Das Waffenreinigungs-Set, gehe ich auch nochmal drüber Falls die Waffe geschädigt wurde, kann man es damit reinigen oder reparieren So, ich habe hier noch einen schönen Revolver Mal gucken, was die Leute hier unten machen Mal gucken, was die Leute hier unten machen Wir können auch von außen untergehen Normalerweise früher, wenn ich die Waffe so in die Hand nehme, dann konnte ich zuhauen Kann ich heute nicht mehr Ich muss Leertaste drücken Und kann dann erst zuhauen Dauert auf jeden Fall viel länger Oh, das Ganze Ach Gott Da gehe ich nicht runter Sehe ich den von hier oben? Äh, ne Da ist gar keiner Ach, die glitschen durch die Wände immer noch Äh, jei, jei, jei Alles klar Ja, das weiß ich selber Na Das war ein kleiner Huster Da ich immer noch ein bisschen erkältet bin Ähm, ja Da Okay Munition war das Na, ist egal Da steht auch schon wieder einer Nein Ist nur ein Pfeiler Na, aber da ist einer Ja Da hab ich direkt gemerkt Ja Ja Die anderen auch Na Na, die Türen sind zu Das ist sehr schön Das heißt Das war noch niemand drin Ja Kann man hier Vitamine Klebeband Brauche ich nicht Ähm Magazin für eine Pistole Bücher Thunfisch 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 Äh Ist ziemlich kaputt Da lass ich lieber meinen Helm auf Ja, was haben wir denn hier Thunfisch Äh 60 Schuss Waffenreinigung Waffenreinigung Äh Waffe Brauche ich hier oben nicht Die kann ich wegpacken Die kann ich nicht wegpacken Bandagen kann man immer gebrauchen Na, alles andere hab ich Das ist ja Was haben wir denn hier Alles Ach ne M4 Äh Den Bristen Meinen ist auch Bristen Das Ding Brauche ich nicht Weil ich nen Akku habe Damage Alles kaputt Dann lass uns mal liegen Eine schicke Sonnenbrille Da hab ich ja auch Die Meinung hier So, mir auch ein Magazin Was ist das? Na, lass mich da hin Dosenöffner Immer schön Und, äh Die Betten gucken Es kann hier auch was liegen Wie das hier Hm Okay Ähm Ich fühl mich Gute Frage Auf jeden Fall mal Vitaminpille Ich weiß nicht was Dump Heißt ja eigentlich schlecht Glaub ich Und das ist neu Das ist ein Blau Ich weiß nicht was das sein soll Hm Da muss ich mich später mal darüber schlau machen Was das ist Hm Da geh ich nicht langer Da stand eben ein Zombie Ich hoffe jetzt nicht dass der mich gesehen hat Nur Türen zu machen bringt eigentlich nichts Weil die durch die Türen und Wände durchlaufen können Ja Drecksviecher Na, hier liegt auch was in unserem Bett Na, das ist nur was zum Anziehen Schuhe Habe ich schon Ja, die unten Ein Flashlight Pipsi Ein Bayonet ist das glaube ich Ja 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 Ähm Machen wir mal die Munition alles entpacken Hm Hm Ja 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 Es funktioniert nicht immer Und so Und so Da Auf jeden Fall hole ich jetzt Das ist Wahnserge darunter Und Leere Achso Ja Ja Wenn wir mal die falsche Munition Na Bringt nix Einfach Weiter gehen Mal eben gucken ob es da hinten noch was gibt Ja Es sollte es noch was geben Das Genau Im Spiel gibt es immer noch keine Karte Man muss das alles die Karte finden Doch richtig gehört Jetzt probiere ich mal die Axt aus Und das interessiert mich bei dem einzelnen Ja Ja Schilder an dem Korn Doch Nochmal Ja Jetzt hat er mich habe ich ihn auch Ja Schnell kontrollieren ob mir alles Ja hier liegen Okay Ähm Ja die Karte muss man immer noch finden Diverse Stücke Ich nutze hier eine App dazu Die nennt sich iSurvive Äh Das ist eine schöne Karte Könnt ihr auch eintragen Wo ihr seid Für Mitspiele Hm Die muss ich wieder manuell nachladen So Genau Da ist offen Da wird jemand bei uns sein Oh 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 Na ja Wir hören uns wieder Ja 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 Ja